N.A.S.M. verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Gesundheits- und Fitnessbereich. Wir überlegen uns also gut, wo wir unseren guten Ruf, unser Wissen und unsere Erfahrung einbringen. Wir unterstützen keine Fitnessprogramme, die einem nicht wirklich etwas bringen. Unsere Art des Trainings basiert auf Wissenschaft. Sie basiert auf Fakten, nicht auf Trends. UFC Personal Trainer ist ein großartiges Hilfsmittel, das jedem erlaubt, zu Hause ein gleichwertiges Fitnessprogramm zu absolvieren. Jederzeit, mit und ohne Geräte. Optimum Performance Training ist ein integriertes, systematisches Herangehen, um den Körper gezielt zu beeinflussen. Festigung der körperlichen Verfassung der Kraft und Ausdauer. Die Wirksamkeit wurde sowohl in der Forschung bewiesen, wie auch im Praxiseinsatz durch die besten Sportler und Trainer von heute. Wir haben unser Konzept durch besondere MMA-spezifische Übungen und Allgemeinübungen ergänzt. Wir planen sowohl Trainingstage wie auch Ruhetage ein. Beispielsweise könntest du drei Tage am Stück trainieren und dann einen Tag Pause einlegen, danach zwei Tage trainieren und wieder einen Tag pausieren. An diesen drei Tagen trainieren wir ganz bestimmte Muskelgruppen. Es gibt Tage für das Oberkörpertraining, Unterkörpertraining, Ganzkörpertraining und Rumpfkonditionstraining. Innerhalb dieser spezifischen Einheiten finden sich dann wieder traditionelle Trainingsansätze, die wir um solche aus dem MMA-Genre ergänzt haben und mit Ausdauertraining kombinieren. So entsteht ein Trainingsprogramm, das Spaß macht, abwechslungsreich ist und am Ende in einer sehr kurzen Zeit ausgezeichnete Ergebnisse liefert.